Altersrente. Mein Arbeitgeber soll nichts von meinem Rentenantrag wissen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Muss ich meinem Arbeitgeber von dem Rentenantrag für meine Altersrente informieren, muss ich Ihnen informieren, dass ich eine Altersrente überhaupt beziehe. Im Grundsatz gibt es arbeitsrechtlich keine Informationspflicht darüber, dass Sie Ihren Arbeitgeber davon informieren müssen, dass Sie eine Altersrente beantragt haben oder dass Sie schon einen Rentenbescheid beziehen. Ausnahmen können sich aus Arbeitsrecht oder Tarifrecht oder sogar aus dem Krankenkassenbeitragsrecht ergeben, dass sich dort dann selbstverständlich oder möglicherweise sogar Informationspflichten ergeben können für Sie. Ihr Arbeitgeber kann aber selbst ziemlich leicht davon erfahren, dass Sie eine Rente beantragt haben, wenn das Arbeitsverhältnis trotz Rentenbezugs oder trotz Antrag der Rente weiter fortbesteht. Wenn Sie also zum Beispiel eine Vollrente beantragt haben, ändert sich der Krankenkassenbeitrag im Arbeitsverhältnis, also im Arbeitslohn und dann sind Sie verpflichtet, Ihrem Arbeitgeber mitzuteilen, dass Sie eine Rente beantragt haben oder schon Rente beziehen, weil dann ändert sich der Krankenkassenbeitrag, den der Arbeitgeber für Sie aus Ihrem Arbeitsverhältnis errechnen muss. Oder wenn Sie zum Beispiel im Rentenantrag nicht auf Ihre Hochrechnung verzichten. Wenn der Arbeitgeber aber nichts erfahren soll, dann zwei Tipps, wie Sie es vielleicht verhindern können. Sie beantragen zum einen eine 99% Teilrente statt der Vollrente. Mit der 99% Teilrente sichern Sie sich möglicherweise einen Krankengeldanspruch bei laufendem Arbeitsverhältnis neben der Rente. Das bedeutet, dass sich am Krankenversicherungsbeitrag im Arbeitsverhältnis grundsätzlich nichts ändert und Sie verzichten im Rentenantrag auf die Hochrechnung. Das bedeutet, dass der Arbeitgeber im Rentenantragsverfahren nicht erfährt, dass Sie eine Altersrente oder Erwerbsminderungsrente, wie auch immer, beantragt haben. Sie müssen sich aber darüber im Klaren sein, der Verzicht auf die Hochrechnung bedeutet, dass Sie unter Umständen ein bis zwei Monate später erst Ihre Rente ausgezahlt bekommen, dann aber rückwirkend zum Rentenbeginn. Also da müssen Sie keine Angst haben, dass die Rentenversicherung hier dann irgendwie Gelder einbehält. Mit diesen beiden Tricks können Sie verhindern, dass Ihr Arbeitgeber erfährt, dass Sie eine Altersrente beziehen. Bevor Sie aber einen solchen Altersrentenantrag stellen, sollten Sie sich bitte umfassend über die Vorteile und Nachteile der Vorgehensweise, wie ich Sie hier in diesem Video beschrieben habe, beraten lassen und informieren. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.